Und ich denke, wir beginnen. Ich bin froh, heute hier zu sein und möchte Ihnen ein paar von meinen eigenen Erfahrungen erzählen. Der deutsche Wörter Hermann Hesse hat einige wundervolle Wörter für solche Situation in life. Hermann Hesse schrieb, Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Diese Worte Hermann Hesse haben mich inspiriert, als ich mit 24 Jahren mein Physikstudium abschloss. Es war das Jahr 1978. Die Welt war geteilt in Ost und West. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, in der DDR, dem damals unfreien Teil meines Heimatlandes, in einer Diktatur. Menschen wurden unterdrückt und überwacht. Meine erste Arbeitsstelle nach dem Studium hatte ich als Physikerin in Ost-Berlin an der Akademie der Wissenschaften. Ich wohnte in der Nähe der Berliner Mauer. Auf dem Heimweg von meinem Institut ging ich täglich auf sie zu. Dahinter lag West-Berlin, die Freiheit. Und jeden Tag, wenn ich der Mauer schon ganz nahe gekommen war, musste ich im letzten Moment abbiegen zu meiner Wohnung. Wie oft habe ich gedacht, das halte ich nicht aus. Es war wirklich frustrierend. Die Berliner Mauer begrenzte meine Möglichkeiten. Sie stand mir buchstäblich im Wege. Dann kam das Jahr 1989. In Polen, in Ungarn, in der Tschechoslowakei und auch in der DDR wagten sich Hunderttausende auf die Straße. Die Menschen demonstrierten und brachten die Mauer zu Fall. Was viele Menschen nicht für möglich gehalten hatten, auch ich nicht. Es wurde Realität. In diesen Monaten vor 30 Jahren habe ich ganz persönlich erlebt, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. Ich bin Anfang, in der Tschechoslowakei und 죄송ere creative, dass es ein Mensch ist.